Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei unserem Dead Hungry Diner. Neuer Tag, neues Glück. Wie ihr seht, sind wir da, wo wir aufgehört haben, in einem gerade mal bestandenen... Irgendwann muss ich das mal wiederholen, das geht ja mal gar nicht so aus. Aber probieren, gucken wir mal, was das nächste Level so für uns bereithält. Ladies first. Wo sind die ganzen Vampire und Wehrwölfe hin? Das wird eine leichte Schicht, wenn nur Zombies und Todesfehlen da sind. Oh je. Du hast nicht genug Geld, du kannst nicht kaufen. Yeah, Shady, yeah. Nur Zombies und Todesfehlen, naja. Ja, immer mit der Ruhe. So, haben wir noch einen einzelnen Zombie übrig, da. Ja, hier, so schnell kann ich, da kann man hinterher hier. So, zwei. Und zwei. Und drei. Und eins. Oh man, oh man, oh man, oh man. Und dann geht mal nach hinten. Weg mit euch. Ja, Leute, regt euch da nicht so auf. So, der geht da hin, der geht da hin, der geht da hin. Mann, Mann, Mann. Zombie, 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 Zombie. Immer diese ungesund, äh, ungeduld. Oh man. Komisch, die Zombies haben am meisten Geduld und Essen am schnellsten. Hm. Nur ein Bestanden. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber ich muss jetzt mal das, erstmal will ich das Spiel zu Ende schaffen. Ne, gucken wir mal erstmal, wie es weitergeht. Und danach kann man ja immer noch zurück machen. Bopp. Und Herren der Namen. Hier kommen die Jungs. Ich sehe keine Todesfäden oder Zombies da draußen. Mit den Streitigkeiten zwischen Vampiren und Wehrwölfen könnte es schwierig werden. Na dann, let's fetz. Warum mussten die auch unbedingt... Fetz. Aber mal ehrlich, warum musst du unbedingt... So, Mann, jetzt regt euch mal ab hier. So, du kannst dich schon hinsetzen. So, du kannst dich da hinsetzen. Du kannst dich da hinsetzen. Du kannst dich da hinsetzen. So. Dann pflanzt du dich da hin. Dann können die dich da hinsetzen. So, weg mit euch. So, ihr fängt ein Leckerli aufs Auge. Geh weg. So, da hin, da hin. So, ihr kommt da hin. Du kommst da hin. Du kommst da hin. Oh, nein. Ihr bleibt erstmal da, wo ihr seid. So, jetzt könnt ihr euch... Jetzt könnt ihr euch breit machen. Das ergibt doch wieder nur ein Bestanden. Ach, Mann. Naja. Schau, Mama, vielleicht wird's ja besser, ne? Die Nacht der wütenden Toten. So, das ist ein 1 oder ein Ausruf. Nein. Was ist los? Wir haben heute Nacht nur Zombies. Und sie sind alle wütend. Es ist, als hätte sie jemand angestachelt. Na, wer mag das wohl gewesen sein? Nur wütend, jetzt haben wir... Ole, ole. Oh, Gott. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hm. Oh, einsamer Zombie, Zombie-Pierchen, Dreifach-Zombie. Zombie-Pierchen, Dreifach-Zombie. Zombie-Pierchen, Dreifach-Zombie. Zombie-Pierchen, Dreifach-Zombie. Und flit hier und flit da und noch ein satter Zombie und noch ein satter Zombie. Zombie-Pierchen, Dreifach-Zombie. Nein, nein, nein. Ihr werdet keine Ungeheuer beim Essen gestört. Ja, wir haben wieder unsere zwei Sterne zurück. Oh, ole, ole. Na dann. Puh, wird aber auch langsam immer schwerer hier, das Ganze. Schauen wir mal, was jetzt so auf uns wartet. Zurück zur Normalität. Das hört sich dann schon mal besser an. Gott sei Dank, es scheint, als ob sich alles wieder normalisiert hat. Sieht so aus, als ob wir heute Abend eine gute Mischung haben. Puh, bitte keine Themenabende mehr. So, was holen wir uns denn noch? Nehmen wir mal das. Das benutzen wir zwar nie, aber... Oh, boah, ne, jetzt herunternehm. Teleportieren, das war viel cooler. Geh weg. Oh, boah. Oh. Geh weg. Oh. So, sollen die erst mal aufwassen. Weg mit euch. Da kommt man ja gar nicht mehr hinterher hier. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Na, wie ist es hier getan? So, ich geh da oben hin. Genau da oben hin, die meine Güte. Na toll. So. Ja, die Wands war zuerst da. So. Oh, der Ruhe da unten raus hat. So. Siehst du dann, da kommt die Knochen-Tante hin. So. So. Genau, wir wissen ja, wenn der Wolf einen Skler zieht, dann ist alles okay. Okay. Ja, du gehst da oben jetzt hin und du gehst nicht dahin. So. Oh, noch sind die Skelette am Essen. Junge, Junge, Junge. Uiuiui. Das kriegen wir doch nie gebacken. Hm. Du kommst weiter wieder. Du kommst weiter wieder. Oh, sind das hier rein. Das gibt's eine Rolle. Wenn du mal unterzelt. Tschöne. commun bottle frå inte für memeen. Am einsatzpiegmer. Sen Sieg. ich hoffe da kommen auch welche ansonsten sieht das ganz schön bitter aus ja bestanden könnte schlimmer denn gar nicht verstehen können so gern ich das spiel machen und es wird immer schneller und schneller und ich komme gar nicht mehr mit hier aber was soll es probieren wir noch einmal und auf geht's pechsträhne auch nein noch mehr verrücktheiten voraus alle kreaturen haben sich draußen versammelt das nicht sehr ungewöhnlich aber warte bis hier reinkommen da hat jemand seine finger im spiel wanda du hast nerven dein gesicht hier zu zeigen es wird das letzte mal sein du und deine schwester ihr seid fertig wir haben nur auf dich gewartet wanda fang ruhig an deine kümmerliche magie macht mir keine angst kind ich hoffe euch gefallen thema habe ich glaube wir werden sie heute nacht ziemlich oft sehen oh hat frankie die hübsche dame verpasst frankie du verpasst immer die hübsche dame misst frankie will ihr einen drücker geben frankie schläft jetzt ich hoffe wirklich dass du deine chance bekommst frankie er ist leider noch warten doppelte haben wir gerade keinen platz mehr ja 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 Oh nein. Oh nein. und wolf und wolf und wolf und wolf und ihr werdet zu zombies haben wir dreiergruppen von denen nicht Oh man, ich komme lange nicht mehr mit. Das geht aber gar nicht hier. So, wer kriegt jetzt was? Da wird bezahlt. Da wird bezahlt. Dauer machen. So, du gehst auf den Tisch hin. Oh man, 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 man. Das wird doch nichts. Das wird doch nie was. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, 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 oh. Oh, man, 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 man. Das wird doch nie was hier. Das darf ich doch nie. Oh je, mehr von denen. Und das hier war nicht so, dass ich. jetzt habe ich noch einen gast verloren geht doch mal gar nicht so was nein 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 das geht gar nicht so wird das nichts ich glaube da kühlt keiner mehr da müssen wir noch mal ran da müssen wir noch mal ran also auf geht's und los geht's ja 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 oh hier geht's weg oh Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Und noch mehr flitzen. Und keinen Gast verlieren. Puh, was. Mhm. Gröng, grr, grr! Gröng, grr! Gröng, grr... Gröng... Rha... Grrrggh! Pieter MagiLacticenitenqueiserenset. Oh, no, no. Ja, ist er gut, wirklich mal abschüttet. Oh nein! Oh nein! Nein, nicht schon wieder! Oh, eine verwandte Hacke! Ach, Mann! Oh nein! Oh, eine Wernstange! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! So, wer blinkt? Ja, ich gucke da immer, ja. Ja, dann reg die mal nicht so auf, Dracula. Das gibt doch schon wieder nix. Ja, ich gucke da immer, ja! Ah, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich bei den ganzen Händen hergeflitze. Komme ich gar nicht, überhaupt nichts dazu, was zu sagen. Aber ich glaube, wir haben uns schon wieder verkackt. Nee, 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 nee. Okay, wir probieren es noch einmal. Und dann ist Schluss, Freud. Und los geht's. Okay, wir probieren es noch einmal. Wir haben es später wiedergekommen. Wir probieren es noch einmal. Pfff. Oh, gehen wir nicht mehr. Das ist gut. Oh, also ich mach mal Zombies. Wehrwölfe, 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 Wehrwölfe. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jetzt sollte ich da hin setzen. Ja, wo geht's dich? Ja, wo geht's dich? Oh man, 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 schneller, 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 schneller. Vito, dass wir ihn kommen. Oh man, 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 man. Oh man, 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 man. Oh man, 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 man. Oh man, 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 man. Oh man, 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 man. Ja, immer mit der Ruhe, Leute. Oh man, 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 man. Hey, aber immerhin bestanden die Sputtlevel. Hei, hei, diga, bim, bam. Schuh, mein, 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 mein. Das war ein ziemlich hartes Level, muss ich sagen. Und damit verabschiede ich mich erstmal für heute. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder und hoffentlich wird sie besser als sie jetzt. Hei, okay, dann. Habt noch einen schönen Abend, macht es gut, Leute. Ciao.